Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Coaching-Revolution. Mein Name ist Andreas Baulig und heute möchte ich dir einen Tipp mit auf den Weg geben, wie du es schaffen kannst, die besten Online-Werbeanzeigen in deiner Nische zu generieren. Und das hier mag ein wenig kontraintuitiv sein, also gegen das gehen, was du vielleicht dir denkst, wie es funktioniert oder was du vielleicht schon gehört hast. Meiner Erfahrung nach überdenken die meisten Leute das Thema bezahlte Werbung zu sehr. Ja, am Anfang muss man sich Gedanken machen, wenn man wenig Budget hat, okay, was mag ich jetzt mit meinen ersten 2.000, 5.000 Euro, die ich in bezahlte Werbung investiere. Das ist auch okay, da muss man sich auf Muster verlassen, die in der Vergangenheit schon mal funktioniert haben, auf Templates etc. Aber irgendwann, wenn man am Skalieren ist und vor allem dann, wenn man dabei ist, sich einen eigenen Namen zu machen und auch wirklich mal zu jemandem zu werden, der in einem Markt dominierend auftritt. Also jemand, der sich unterscheidet, der dann irgendwann zu den Top-Anbietern in seinem Markt gehören will. Da muss man irgendwann einfach auch etwas Neues in dieser Form auch bringen, was ein bisschen auch anders ist, ja ähnlich aber anders. Andere, wir nennen das immer Marketing-Angles, ja Perspektiven, wie du einen Markt angreifst, was für Worte du wählst. Und andere Geschichten, die du teilweise erzählst, um komplexe Themen einfach zu machen, die einfach dann zünden. Oder spezielle Bereiche der Probleme deiner Zielgruppe musst du auf eine einzigartige Art und Weise beleuchten, wie es sie vielleicht vorher noch nicht gab. Und der beste Weg, um wirklich a, gute Themen zu finden, b, gute Formulierungen zu finden, c, gute Formate zu finden oder auch einfach gute Video-Creatives zu erstellen, viel bezahlte Werbung ist generell verdammt viel zu produzieren. Schau, wenn du es richtig machst, hast du sowieso so eine Art kombinierte Strategie, ja. Was wir zum Beispiel machen ist, wir produzieren relativ viel Social-Media-Content heutzutage, ja. Nicht am Anfang, nicht für die ersten siebenstelligen Jahresumsätze, aber dann, wenn man von einer Million Richtung drei, vier, fünf, irgendwann zehn Millionen Euro im Jahr skalieren will, ... dann sollte man schon irgendwie auch bei Social-Media langsam aktiv werden, ja. Nicht mal unbedingt, um mehr Reichweite zu gewinnen, sondern einfach nur, um die Reichweite, die man sich eh durch Marketing- und Vertriebsaktivitäten heranzieht, ja. Also bezahlte Aktivitäten, also bezahltes Direktmarketing, zum Beispiel bezahlte Werbung oder Vertriebsteams und so weiter. Oder auch Offline-Marketing-Maßnahmen, ja. All das, was man an Reichweite dadurch, durch bezahlte Maßnahmen generiert, kann man verstärken in der Effektivität, wenn man Social-Media-Kanäle hat. Zum Beispiel, wenn jemand dich aus Facebook-Werbung kennt, wird da mit Vorwahrscheinlichkeit irgendwann, wenn du für ihn von Interesse bist, auch deinen Podcast hören, sofern du einen hast. Oder wenn jemand sich über dich informiert, wird er auf deinen YouTube-Kanal stolpern und so weiter. Und es ist generell sinnvoll, also irgendwann, wenn man schon mal so eine Million im Jahr macht, diese Themen auch hochzuziehen. Sofern man sie auch nicht eh schon hat, ja. Aber was der eigentliche Zweck dieser Kanäle ist, neben dieser Steigerung der Konversionsraten durch mehr Vertrauen, dass man den Leuten einflößt durch diese sozialen Medienbeiträge, ist, dass man durch diesen Content, den man dort produziert, das findet, was zündet. Dass es wirklich funktioniert. Die Themen oder die Formate, die wirklich einfach greifen. Wenn du dort viel produzierst, hast du ab und zu einfach kleine Hits, die das Potenzial haben, auch als bezahlte Werbung dann quasi viral zu gehen und große Nachfrage zu erzeugen. Ich gebe euch mal ein oder zwei Beispiele, damit ihr genauer versteht, was ich meine. Wir haben zum Beispiel mal in einem YouTube-Video, das ist schon bestimmt fast drei Jahre her, eine Szene mitgefilmt bei einem Mittagessen, wo Markus in der Mittagspause bei einem Event zwei Steuerberatern erklärt, wie sie ihr Business auf eine halbe Million Euro im Jahr hochskalieren können. So, und das war eine relativ beiläufig mitgefilmte Sache, ja wir haben immer einen Kameramann dabei, wenn wir damals auf Events unterwegs waren und Markus hat es einfach den Leuten erklärt, wir hatten noch gerade das Mikrofon logischerweise am Tisch ready, weil wir immer mitfilmen, wenn wir unterwegs sind, ja, weil wir nie wissen, wann kommt der Zeitpunkt, wo was geshootet wird, was gerade richtig zünden wird. Und das war ein YouTube-Video und dieses YouTube-Video hat funktioniert, schon als YouTube-Video, kam es gut an, wir haben gemerkt, oh, Leute sagen in Beratungs- und Verkaufsgesprächen, hey, ich habe dieses Video gesehen und dieses Video hat mich überzeugt. Und wenn du sowas hörst, dass jemand sagt, oh, ich habe da was gesehen von dir, das hat mich überzeugt, dann ist es beim ersten Mal noch kein so riesen Hinweis, aber wenn du es zwei-, dreimal oder viermal hörst, gerade bei hochpreisigen Angeboten, wenn du sowas zurückgemeldet bekommst, dann weißt du, du hast da einen Hit. Und diesen Hit haben wir genommen, dieses Video haben diese Szene separiert in so 60 oder 90 Sekunden quasi und den als bezahlte Werbung laufen lassen. Dann sind dann wirklich Millionen von Millionen Einblendungen über diese bezahlte Werbung gelaufen und wir konnten das Ergebnis replizieren. Und das ist, wie du auf die besten Ideen kommst für bezahlte Werbung. Einfach permanent produzieren, weil nicht jeder Social-Media-Beitrag muss ein Hit sein, nicht jedes Video muss ein Hit sein, nicht alles, was du publizierst, muss ein Hit sein. Aber es reicht einfach systematisch zu publizieren ab einem gewissen Level, ja, um regelmäßig rein durch Zufall Hits zu landen und diese Hits dann zu duplizieren und zu skalieren durch bezahlte Werbemaßnahmen. Mehr ist es ja nicht. Schau, wenn du zufälligerweise irgendwann mal auf der Bühne bist und deine Geschichte auf eine einzigartige Weise erzählst und du merkst, im Publikum läuft das Ganze, es funktioniert oder du erklärst es während eines Live-Webinars oder erzählst irgendeine Story in einem Verkaufsgespräch, die zündet und du merkst, es ist einmal gezündet, du testest es nochmal und nochmal und nochmal und du weißt, es funktioniert. Dann macht es Sinn, daraus ein Werbeformat zu entwickeln, das am Ende des Tages wiederum ausgespielt werden kann an hunderttausend andere Menschen. Ein Beispiel, was bei uns extrem gut funktioniert, ist einfach die Lebensgeschichte von meinem Partner Arben, ja, die Leute lieben diese Story und was haben wir gemacht? Wir haben eine Sache, die eh schon gut funktioniert, weil Leute sich super mit seiner Reihe zentifizieren können, haben wir das in ein längeres Video gepackt und bei YouTube hochgeladen und es hat einige, glaube ich, zehntausende Aufrufe mittlerweile, ja. Natürlich haben wir auch ein bisschen dann Werbung draufgeschaltet, wenn Leute seinen Namen suchen zum Beispiel, dann findet man das auch und das funktioniert einfach, Punkt, ja. Und so arbeiten wir die ganze Zeit und so arbeiten auch sehr, sehr viele andere große Expertenmarken, die du aus Social Media kennst, dass einfach viel produziert wird, um die Hits zu finden. Das heißt, die reine Aktivität, permanent mit dem Kunden zu interagieren durch soziale Medien, sorgt dafür, dass du auf Hits stößt, die sich dann hinterher durch bezahlte Werbung skalieren lassen. So, und das sind die Sachen, auf die es ankommt, ja, und das ist das, wie du es findest, wenn du mal auf einem höheren Niveau schon performst, ja. Am höheren Niveau meine ich, okay, du hast mindestens mal so 1.000 Euro Jahresumsatz, sodass jetzt also Social Media für dich auch richtig Sinn macht. Ja, du musst jetzt nicht erst eine Million machen, bevor du loslegst, aber es macht keinen Sinn groß, sich mit Social Media Marketing zu beschäftigen, wenn du zum Beispiel meistens noch nicht einmal 30.000, 40.000 Euro Monatsumsatz machst, ja. Weil dann ist Sales eher dein Problem, dann ist Lead-Generierung eher dein Problem, dann ist Verkaufen dein Problem, dann ist die Positionierung, das richtige Angebot eher dein Problem. Aber wenn du schon was hast, was funktioniert und du hast ein kleines Team und du kannst es dir leisten, einen Social Media Mitarbeiter zu beschäftigen, der mit dir Videos dreht, einen Podcast macht und so weiter. Das passt auch zu dem Angebot, was du hast. Dann lohnt es sich, das Ganze schon zu machen. Und dann ist ein Nebeneffekt dieser Social Media Aktivität, a, wie gesagt, dass du leichter Abschlüsse erzielen wirst, weil Menschen nur mal sich im Vorfeld besser über dich informieren können, weil es mehr Material gibt. Und b, führt es dazu, dass du, wenn du es regelmäßig machst und systematisch machst, immer mehr Hits produzierst, die du dann skalieren kannst in Form von bezahlter Werbung. Das ist so eine Sache, die der Hauptgrund ist, warum wir so viel immer noch machen, ja, wo wir theoretisch uns ja, Anführungszeichen, zurücklehnen könnten, magst du nicht konkret. Aber wir wissen einfach ganz genau, wenn wir nicht am Ball bleiben, wenn wir nicht unser Zielgruppenverständnis jeden Tag besser machen und weiter produzieren und produzieren und produzieren, dann verpassen wir irgendwann die Relevanz, die wir im Markt haben, ja, und immer noch vorgeben. Wir geben auch die Themen teilweise vor, die relevant sind für den Markt und wenn man das aber schleifen lassen würde, das würde ein Jahr noch problemlos gut gehen. Auch ein zweites Jahr vielleicht, aber irgendwann, wenn man dann nicht mehr in diesem Modus drin ist, merkt man nicht mehr, wie Trends sich ändern, wie sich irgendwas anpasst und wie auch die Themen sich verändern im Laufe der Zeit. Und das sind einfach Sachen, die kannst du in dieser Stelle einfach mitnehmen, ja, wenn du auf einem größeren Level schon unterwegs bist und du fragst dich, warum komme ich nicht über einen größeren Level hinaus? Warum stoße ich irgendwie mit einem Umsetzen an so eine Art gläserne Decke? Dann kann es daran liegen, dass du nicht genug produzierst, um auf Themen zu stoßen, die noch kein anderer auf dem Schirm hat oder die kein anderer auf dieselbe Art und Weise so bespricht wie du. Das funktioniert. So, das wäre ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, ein Impuls, ja, wenn du Coach, Berater, Trainer, Experte, Dienstleister bist und du würdest wachsen, du möchtest skalieren. Du willst deine Umsätze verdoppeln, verdreifachen in den nächsten zwölf Monaten idealerweise, dann solltest du das Gespräch mit uns suchen. Du findest alle Informationen dazu auf der Seite www.adreasbaulig.de-termin und kannst dich dort eintragen für ein kostenloses Erstgespräch bei meinem Team und mir. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als Menschen wie dir dabei zu helfen, drastisch zu wachsen in ihrem Business, indem wir dabei helfen, das Marketing richtig auf die Reihe zu bekommen, Vertrieb zu optimieren, das Angebotpaket besser zu machen. Ja, die Social Media Strategie zu optimieren und Dinge dieser Art, ja, das machen wir den ganzen Tag, wir haben bereits über 4000 Coaches, Berater, Trainer, Experten, Dienstleister dabei geholfen, ja, ihre Umsätze zu steigern. Ja, melde dich jetzt zum kostenlosen Erstgespräch auf www.adreasbaulig.de-termin und trag dich dort ein und es würde mich freuen, wenn du Impulse wie diese hier demnächst auch aktiv in deinem Geschäft umsetzen könntest und dann auch zu einer Erfolgsgeschichte gerne mit uns gemeinsam werden könntest. Wir sehen uns dann und hören uns dann in einer der nächsten Folgen von die Coaching-Revolution. Mach's gut, bis dahin, ciao. Mein Name ist Steve Barker, ich helfe Fotografen, insbesondere Hochzeitsfotografen dabei, Anfragen zu gewinnen, mehr Umsatz zu machen und helfe ihm beim Marketing und im Verkaufsprozess. Meine Ausgangssituation vor dem Baulig-Coaching war gleich Null, also ich bin quasi bei Null gestartet. Die Bauligs haben mir dabei geholfen, ein Angebot zu finden für die Zielgruppe, denen ich helfen kann. Das waren in dem Fall die Fotografen, weil ich selbst Fotograf war. Und ja, die haben geholfen, ein Angebot zu bauen und für diese Zielgruppe sichtbar zu werden und das hat sofort funktioniert. Meine Key-Learnings aus dem Coaching waren tatsächlich, einfach mal zu machen, anzufangen, nicht zu viel darüber nachzudenken. Und die Dinge, die von Bauligs vorgegeben sind, so umzusetzen, eins zu eins quasi und ganz stumpf, um zum Erfolg zu kommen. Mein bester Monatsumsatz waren aktuell 13.000 Euro. Das Baulig-Coaching macht für mich aus, dass einfach die Dinge, die sie einem mitgeben, funktionieren. Man muss es, wenn man es eins zu eins so umsetzt. Das sind einfach Prozesse, die funktionieren, die sich schon mehrfach bewährt haben und die man einfach übernehmen kann, für sich und seine Zielgruppe und seinen Markt anpassen kann und die eigentlich sofort funktionieren. Ja, also das macht für mich das Baulig-Coaching aus. Also, das hat sich massiv verändert, mein Leben. Ich bin ja quasi, wie schon gesagt, bei Null gestartet, habe mein Angebot da gebaut, bin jetzt hier so langsam richtig angekommen, auch in dieser Business-Welt und habe natürlich Erfolge damit, weil die Dinge einfach auch funktionieren. Und ich wünsche mir weitere Erfolge und bin mir ganz sicher, dass ich auch weitere Erfolge feiern kann. Ja.